Hantai wie und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtigen mit Familie Thorsten Traumtänzer und ja, das ist die Frau, nämlich die Sandra Traumtänzer. Wir haben noch zwei Kinder in der Familie, nämlich den Theo, der macht gerade Hausaufgaben und klein Teresa, die war gerade auf der Toilette, glaube ich. Ach ne, sollte eigentlich auf Toilette gehen und sollte danach spielen gehen. So, ich guck mal nach Sandra und dann haben wir noch den Hund Bello, der schläft gerade momentan hier oben im Flur. Boah, alles gut. So Sandra, mit dir wollte ich eigentlich noch, dass du ein paar Freundschaften aufbaust. Lass mich mal gucken, guck mal den Juan, den könntest du mal anrufen. Und vielleicht mit dem Claudio könnten wir auch nochmal telefonieren oder mach das gleich vielleicht als erstes. Ach Gott, das ist ja süß mit der Lana, Freunde fürs Leben, aber hier vorne haben wir, jo, das ist bald auf Null, wenn wir so weitermachen. Das macht vielleicht mal Sinn, wenn wir das ein bisschen aufbauen. So, ähm, ich fang mal mit den Juan an, trotz allem. Und ich spule mal ein kleines bisschen vor. Ich weiß nicht, wann Thorsten nach Hause kommt. So, oh, das war's schon. Dann rufen wir direkt den nächsten an, nämlich den Claudio. Das haben wir jetzt ein bisschen aufgebaut, aber auch noch ein kleines bisschen. Claudio müsste da nicht auch auf der ersten Seite sein. Wenn ich ihn erkenne, da ist er. Einmal plaudern. Da hatten wir auch schon ein Date mit ihm. Oder ein Techtelmechtel sogar, ich glaube schon. So. Noch, ähm, sind wir ein bisschen stinkig auf ihn. Okay, ich guck mal nach Theo. Gut, der hat die Hausaufgaben fertig, geht jetzt erstmal ins Bett. Äh, Teresa, die muss schon wieder auf die Toilette. Oh mein Gott. Okay, dann Sandra, wenn du fertig bist, werf das mal weg. Ich glaube, die trinkt nämlich ständig da draus. Das ist ja schon schlecht geworden. Oh. Tatsächlich. Wie weit haben wir denn jetzt? 63. Dann können wir die Lana vielleicht tatsächlich auch nochmal kurz anrufen. So. Und ich lege dich jetzt erstmal ins Bett, Teresa. Danach das leeren. Bettchen legen. Leeren. Und Thorsten. Und Thorsten. Ah, okay. Und Thorsten, okay. Und dann gehe ich hier mal anrufen. So, wann kommt er nach Hause? 20 Uhr. Okay, eine Stunde haben wir noch. Und ich rufe vielleicht, ja, ich würde sagen, erstmal Lana an. Lana. Und plaudere mal mit ihr. Das war so ein bisschen aufbauen. Lana ist wieder gesund. Ne, was macht sie da? Damit spielen. Du ruf sie nochmal an, bitte. Ich finde es dann immer blöd, dass sie dann immer zwischendurch aufhören, ja? Zu quatschen. Also, mit dem einen telefonieren die ewig lang und mit dem anderen dann immer nur ganz kurz. Das fände ich auch cool, wenn du den Thomas noch erreichen könntest. Oh, ich nehme nur mal das kleine Vorspulen hier. Okay. Dann ruf nochmal... Achso, ne, Moment. Ach, nicht den Ding, sondern hier. Ruf nochmal den Thomas an. Also, er ist quasi dein Schwager. Das ist ja der Bruder von Thorsten. Dann können wir uns hier nochmal ein bisschen befreunden. Die beiden, also Sandra und Thorsten, haben ja auch nur zwei Blitze. Das hatte damals nicht anders funktioniert mit Matthias, Picasso. Also, so drei Blitze. Okay. Interessant. Ich meine, er weiß ich gar nicht mehr. Ah, mit Georgia hätte er drei. Mit Rosa. Okay. Naja, gut. Oh, ich wollte mal ganz kurz hier mal wieder reinschauen. Ich vergesse es ja mal regelmäßig. Oh, acht Stück. Oh Gott. Stimmt, er war ja so wahnsinnig gut. Oh Gott, drei Stück kann ich schon vergeben. Bei dir auch. Was mache ich denn in der Familie anders? Dass die so gut sind. Das ist so krass. So, warte mal. Jetzt hast du mit ihm telefoniert. Sehr schön. Dann mach das mal mit John Katz. Genau. John Katz auch nochmal. Arbeitskollege. Brutus Holmo. Wir haben Geld gekriegt. Okay, er ist nicht da. Er ist bei der Arbeit, wie auch immer. So, dann... Oh. Einen... Wuss. Ich glaube, er ist gerade da unten gleich direkt da hingegangen. Tu mir mal einen Gefallen und mach mal die Spielzugruppe da weiter. Wobei die Georgia... Nein, nein, warte mal. Geh mal rein und ruf nochmal die Georgia an. Weil das finde ich ein bisschen traurig. Und Nerissa... Ja, die sind alle hier im 50er Bereich. Ach du Schande. Okay, dann machen wir das gleiche mit dir nochmal, was wir gerade mit Sandra gemacht haben. Machen wir erstmal Georgia. Plaudern. Währenddessen gucke ich mal, wie es dir geht. So, sie kann sich hier mal mit ihm vielleicht abgeben, reden, abblästern, abhängen geht noch nicht. Über Hobby-Spiele reden. Guck mal, er telefoniert schon echt länger, ne? Ich spule mal ein bisschen vor. Ah, Moment. So, Moment. Dann ruf mal den nächsten an. Und zwar... Den Raphael, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich nehme mal meine. Also ich... Torbenbruder ist nicht mein... Einer von meinen Sims. Weil ich tue mir dann immer auf beiden Seiten ja quasi den Gefallen. Gott, ich bin Herr und Meister, aber ich bin trotzdem nur so ein bisschen mit Bello befreundet. Er sieht mich als Herr und Meister. Okay. Wie geht es Bello denn? Ach Gott, guckt mal. Hygiene. Und Hunger hätte er vielleicht noch. Was macht er? Oh je. Okay, wartet mal. Nein. Jetzt bringt sie das raus. Die Tochter ist mit wach. So, du mein Lieber... Ui, Menü. Du stehst auf. Du ziehst dir mal was an. Und... Kleidungsstil... Wir gucken mal, was du als Unterwäsche hast. Warum nicht? Ähm... Und die lässt du mal raus. Beziehungsweise... Alltagsklamotten anziehen. Guck ich mal. So, also er zieht sich um. Das ist schon jetzt im Herbstwinter, ist das okay. So, dann gehst du mal runter und guckst mal, was wir im Kühlschrank drin haben. Das bin ich mir nämlich nicht sicher. Und du möchtest einen Anruf machen, wer auf jeden Fall noch... Oh je, ein bisschen. Komm, ruf ihn nochmal an. Wobei, ruf mal die Silke an. So. Unsere Liebschaft, na toll. So, und du gehst mal zu Bello und wäschst ihn. Okay, so. Blaudern. Guck mal, was du... Was wir im Kühlschrank haben, habe ich gesagt. Huch. Ach, das ist das mit dem... Oh, wir haben noch einiges im Kühlschrank. Ähm... Genau, wir können hier... Eigentlich finde ich Thorsten gerade... Ach, Thorsten. Thorsten, dreh dich mal rum. Okay. Von mir machen, habe ich ja eigentlich gesagt. Dann machen wir mal. Wie ich esse es. Okay. Und dann kannst du dich, glaube ich, erst mal umziehen oben. Ähm... Alltagskleider. Ich weiß nicht, müssen wir das ausleeren. Nein, müssen wir nicht. Das hier kannst du aber aufräumen, definitiv. Da kannst du ein bisschen helfen. Und Bello wird gerade... Ich muss mal gerade schauen, wie gut verstehen wir uns. Bello, ne? Nicht so toll. Ähm... Loben für Benehmen in Wanne. Dann noch mal säubern und napfüllen. Und Kommando. Sitzen, hinlegen, Geschäftsberechen nach draußen hinbleiben. Äh... Okay. So ein paar Sachen kann er schon. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Also er könnte noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, weil der andere Typ eigentlich... Aufs Klo musste. Gut, wirklich. Ich mach's nochmal. So. Und du gehst jetzt mal raus und gehst immer... Statt Internet-Recherche. Und unser lieber Theo. Theo, bring das mal wieder in den Kühlschrank. Äh... Charisma. Oh Gott, das können wir gar nicht machen mit dir. Er ist so gut. Das ist echter Hammer, ne? Das ist echter Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir jetzt machen soll, mein Lieber. Du hast noch drei Tage. Okay, dann spiel mit deiner Schwester. Komm. Mit Klötzchen spielen. Oder kann ich irgendwas... Theresa Kinderlieder beibringen. Oh, wartet mal. Das könnte eventuell Charisma auch für dich sein. Oh Gott, wie süß. Guck mal, er räumt auf. Ist er ordentlich? Ja, er ist ordentlich. Und er flitzt sowas von rum. Das finde ich jetzt gerade auch ganz goldig. Also so, ich stelle mir ja dann auch immer so schön vor, wie sie sich vertragen oder was für Menschen sie sind. Und klein Theo, finde ich, er liebt seine Schwester. Er spielt mit ihr. Und jetzt auch hier, er lernt ihr was zu trinken bei. Ja, okay, sie mag manchmal nicht. Aber er bemüht sich um die Schwester. Ins Bett um 22.30 Uhr muss er nicht, weil er echt energiegeladen ist. So, du kannst hier das mal wieder auffaschen. Warte mal. Na, geht das gar nicht? Keine Aktion verfügbar. Okay. Wie geht's jetzt, Bello? Oh, wunderbar. Super toll. Ein Charisma-Punkt. Zumindest für Theresa. So, spielen. Komm, wir gehen mal Stöckchen holen. Wir zusammen. Und wo ist Thorsten hin? Ah. Oh. Verbrennen. Kann ich mal eins verbrennen? Oh Gott, ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Geh mal weg. Nicht, dass da irgendwas passiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Und dann verbrennt ihn auch nochmal. Der ist nicht ganz weg, ne? Komischerweise. Doch, jetzt wird er immer, immer, immer durchsichtiger. Okay. Ja, dann würde ich sagen, geh du doch mal ins Bett. Schlafen. Die beiden, die haben ja noch Spaß. Und ich gucke mal nach unserem Mädchen. Ja. Da spule ich wirklich mal ein bisschen vor. Komm schon, geh ins Bett, Thorsten. Es ist echt entspannend. Also, ich mag es auch mal hier in der Familie nur zwei Kinder zu haben. Ich will keine weiteren Kinder haben. Die sollen einfach perfekte Kinder sein. Mit allen Fähigkeiten, die sie schon haben können. Und die haben alle, ja, so wunderbar, ähm, kommen sie schon echt weiter. Genau. Und ich möchte mit ihm zum Beispiel das hier auch lernen. Hier, Verhalten im Brandfall. Genau, da können wir eigentlich direkt mal reingehen. Ich glaube, Freundschaft, ja, okay. Bauen wir natürlich auf. Und bei ihr möchte ich die Logik eigentlich nochmal irgendwie aufbauen. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Ah, jetzt Freundschaft. Das war gerade hier, genau. Die beste Freund. Mein Bruder ist mein bester Freund. Kommt sie da nicht dran? Oder warum mag sie da nicht hingehen? Okay, wartet mal. Ich baue mal gerade kurz ein bisschen um. Ich mache mal das Häschen da hin. Und das in die Ecke. So. Spiel mal. Geh mal da hin zum Spielen. Sie geht echt nicht hin. Warum nicht? Warum geht es nicht? Sie will lieber zeichnen und so. Ich mag lieber zeichnen. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt geht. Nee, es geht immer wieder weg. Okay, wartet mal. Ich verkaufe das Teil mal. Keine Ahnung, woran das liegt. Und kauf dir mal ein neues. So. Eigentlich. Es geht immer wieder weg. Ich weiß auch nicht. Geh mal auf Toilette. Und dann zeichne einfach weiter. Kommt, dann können wir die Logik dann immer noch ausbauen, wenn du älter geworden bist. Das ist okay. So, Sandra. So, sie ist auch schon ins Bett gekommen. Das ist sehr gut. Dann spule ich mal ein bisschen vor. Wir haben ja erst 0 Uhr vorbei, Mensch. Jetzt sind wach. Die Eltern schlafen. Obwohl ich nur vier Leute habe und einen Hund, habe ich hier heute tatsächlich zwei, ja, Parts und sogar zwei relativ lange Parts. Kannst du dann hier hingehen? Nee, das geht irgendwie nicht, weil das im Weg steht, muss ich gestehen. Okay. Okay, dann machen wir mal gerade was anderes. Ich mache das mal weg. Das stelle ich dir mal in diese Ecke. Das hier ist ja auch Kreativität. Das mache ich weg. Und dann solltest du jetzt das spielen können. Komm, ich will es sehen. Ja. Yay, gut. Natürlich, wenn die wieder zu zweit spielen wollen, muss ich es wieder ändern. Und er lernt tatsächlich jetzt bereits Verhalten im Brandfall. Auch krass. Das habe ich teilweise bei den Erwachsenen noch nicht gemacht. Ja, er ist so perfekt. Hier benutzen und guck mal irgendwas. Oh ja, genau. Wir können mal hier Möbel nicht ankauen und dann Stöckchen holen mit dem Hund spielen. Komm mal runter. Sehr schön. Gut. Das wird dann nämlich auch mit Bello. Genau, er hat sich noch nicht so gut mit ihm befreundet. Das können wir super ausbauen. So, dusch diesmal auf. Gehst mal duschen. Und Sandra steht auch mal auf. Und du gehst hier unten ein Sprudelbad nehmen. Und ich gucke nochmal, ob ich das irgendwie doch mal aufwischen kann. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht anklicken. Blöd. Echt blöd. So, Hunger und Energie von unserer Tochter. So, wartet mal. Er geht erstmal duschen. Und dann würde ich sagen, Flasche holen für Theresa. Und danach geht er erstmal noch ein paar. Also, das können wir ruhig verkaufen. So, sie. Er ist momentan hier draußen schon wieder. Geht doch mal mit dem Hund irgendwie, keine Ahnung. Wie geht es ihm? Hunger und Hygiene. Äh, Energie meine ich. Stöckchen holen. Spiel mit dem Hund. Macht es jetzt doch schon automatisch. So, dann bring du mal unser Töchterchen ins Bett. Ja, wunderbar. Ja, ich, ähm, ich glaube, ich sage jetzt schon mal, auch wenn wir erst vier Uhr haben, ich werde es natürlich noch bis neun Uhr machen, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum es mir wirklich so geht, dass ich hier so entspannt bin und so, äh, nach und nach das irgendwie aufbaue. Keine Ahnung. Ich sage auf jeden Fall mal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Wir gehen das nächste Mal zu Familie Steffen hier nach vorne. Ja, und dann erst mal bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.